Manche Leute sagen, dein ganzes Leben ist Urlaub. Nee, 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 heute ein ganz großes Gast. Sie sind ja auch nicht der, der sich was erspielt. Was machen Sie denn? Ich? Also das, das würden Sie hinkriegen. Sagen Sie mal, Sie erkennen mich nicht, oder? Wo hätten Sie mir denn auffallen sollen? Wissen Sie, wo ich heute arbeite? Im Banken-Help-Center. Sie sagen mir gleich, worum es wirklich geht. Sie warten da doch schon lange drauf, mir das zu sagen. Wie recht Sie haben. Ich kann von meinem Fenster aus in Ihre Wohnung sehen, als Eure Wohnung. Das ist die Kreditkartenabrechnung meiner Frau. Ja, ja, schauen Sie mal zum Mai letzten Jahres. Warum war sie in Hamburg? Warum ein Doppelzimmer? Und drittens, wenn du das nicht weißt, was bedeutet das? Dafür verlieren Sie Ihren Job. Dann können Sie auch nachts in der Kneipe sitzen. Wenn man jede Abbuchung sieht, da sieht man ganz schön viel. Ja, plötzlich konnte ich ihn mir wegsehen. Lügen! 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 Mann! Wir beide sind hier, weil du mir was sagen willst. Und deswegen hast du den ganzen Scheiß ausgedruckt. Also sag's. Oder... Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Untertitelung des ZDF, 2020